So, zu den Bündig-Lautsprecher. Da hört man schon das Übersteuerung vom Bass. Ich kann euch sagen, der 20€ Bluetooth-Lautsprecher klingt besser und ist vor allem lauter als das scheiß große Teil. Hier so ein alter kleiner Creative klingt deutlich besser als ein großes Teil kann ich euch sagen. Nur mal, dass ihr so einen Formfaktor habt. Ich weiß jetzt nicht genau, was so eine Box kostet, aber ich glaube die war auch bei 20€. Könnt ihr mir ja mal einen Kommentar schreiben. Tschüss bis zum nächsten Video. Ciao.